Ein Flipper-Automat ist ein Geschicklichkeitsspiel-Automat ohne Geldgewinnmöglichkeit, dessen Vorläufer bis ins 18. Jahrhundert zurückreichen und nach dem Ersten Weltkrieg den späteren Flipper-Automaten schon Großteil zähnelten. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg erfand Harry Maps die namensgebenden Bedienhebel, mit denen Spiele aktiv ins Spielgeschehen eingreifen können. Die Flipper-Spielweise, Ziel des Spiels an den nun Flipper-Automat genannten Spielgeräten ist es seither zunächst, mindestens eine polierte Stahlkugel mit Hilfe von mindestens zwei Flippern auf einem abschüssigen Spielfeld möglichst lange im Spiel zu halten und dabei möglichst viele Punkte zu erzielen, die beim Auftreffen der Kugel auf verschiedene, häufig zurückfedernde Spielelemente im Spielfeld in unterschiedlicher Höhe anfallen. Spieler betätigen die Flipper über Knöpfe links und rechts des Gehäuses. Da zwischen den Hebeln genug Platz für die Kugel bleibt um die Spielfläche ungehindert zu verlassen, kann außerdem versucht werden, durch vorsichtiges Ruckeln des Gehäuses den Laufweg der Kugel zu beeinflussen. Gleiches gilt um den Verlust der Kugel durch in der Regel im unteren Bereich der Spielfläche befindliche seitliche Ausläufe zu vermeiden. Jedoch besteht das Risiko, durch zu starkes Ruckeln den Flipper samt Flipperhebeln kurz elektrisch abzuschalten, sodass die Kugel in jedem Fall verloren geht. Je länger eine Kugel im Spiel bleibt, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit Ziele zu treffen und somit Punkte zu sammeln. Der Spielstand wird im Kopfteil gegenüber der Spielerseite angezeigt. Man kann nun versuchen, beim Zurückschießen der Kugel mit den Flippern durch das Treffen bestimmter Spielelemente gezielt besonders hohe Punkte zu sammeln sowie Belohnungen zur Verbesserung des Spielablaufs bis hin zu Extrakugeln und Specials, meist in Form von Freispielen. Reizvoll ist darüber hinaus ein Multiball-Spiel mit mehreren Kugeln gleichzeitig. Ein Spiel dauert in der Regel so lange, bis die vorgegebene Kugelanzahl gespielt wurde. In Deutschland sind dies in aller Regel für jeden Spieler pro Spiel drei Kugeln. In fast ausnahmslos allen anderen Ländern weltweit waren fünf Kugeln Standard. Entstehung Die Flipperautomaten entstanden aus den sogenannten Bagatell- oder Pinball-Spielen, die es heute noch als Kinderspielzeug zu kaufen gibt. Bei diesen Vorläufern der heutigen Flipperautomaten werden auf einem abschüssigen Spielfeld, meist von rechts unten stehlerne Kugeln nach oben geschossen. Diese Kugeln treffen auf ihrem Weg nach unten auf Hindernisse oder werden in abgegrenzten Feldern aufgefangen, wofür der Spieler Punkte erhält. So bezeichnet der Ausdruck Pinball ein mit Nägeln beschlag eines Brett, worauf eine oder mehrere Kugeln ihren Weg finden. Diese Spiele gab es schon seit dem 19. Jahrhundert in Form von Münzautomaten. Erste Patente dazu wurden 1871 angemeldet. In den 1920er und 1930er Jahren erlebten diese noch sehr kleinen Automaten, die noch keinen Kopfaufsatz hatten, einen ersten Boom. In dieser Zeit wurde der Tiltmechanismus entwickelt, der verhindert, dass das Gehäuse angehoben oder geschlagen wird, sowie das Button-Mashing abstraft. Es entstanden Türme und Schlagtürme, Zielscheiben und Auswurflöcher. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Flipperhebel erfunden. Nun ging es hauptsächlich darum, die Kugel möglichst lang auf dem Spielfeld zu halten und dabei Punkte zu sammeln. Der Abschuss der Kugel verlor an Bedeutung. Bei diesen echten Flipperautomaten befinden sich nur selten mehrere Kugeln gleichzeitig auf dem Spielfeld. Die vor allem in den Vereinigten Staaten beliebten Bingo-Automaten haben den gleichen Ursprung und haben mehr mit den alten Pinball-Spielen gemein. Es entstanden immer wieder neue Spielfeatures wie Spinner, Drop-Targets und vieles mehr. Nachdem Ende der 1970er Jahre die Elektronik eingeführt wurde, entstanden ab etwa 1980 neue komplexe Spielsysteme, die in den 1990er Jahren zu einem Höhepunkt gelangten. Bei diesen Spielsystemen erhielt man sehr viele Punkte, indem man die Ziele in einer bestimmten Reihenfolge traf. Diese Geräte waren jedoch für durchschnittliche Flipper-Spieler zu kompliziert und sprachen nur noch Flipper-Fans an. Die heutigen Flipper-Tische sind meist nicht über 10 Grad geneigt und besitzen einen Kopfaufsatz. Geschichte 1947 erfand der Gottlieb-Techniker Harry Mabsch die namensgebenden Flipperhebel, mit dem die Spieler aktiv ins Spielgeschehen eingreifen können. Der erste Flipper-Automat hieß Hum-Ti-Dum-Ti. Die Flipper waren zunächst von außen nach innen schlagend und eher am Spielfeldrand angeordnet. Die jetzt verwendete, viel beliebtere Lösung erfolgte erst einige Jahre später. Um 1950 war der Markt nach einem anfänglichen Boom mit den neuartigen Flipper-Automaten gesättigt und die meisten Hersteller zogen sich vorerst zurück. Während der 1950er Jahre teilten sich nahezu ausschließlich Gottlieb und Williams den Weltmarkt. Bali und CDI stellten nur vereinzelt neue Flipper vor. 1954 erfolgte die Einführung von mechanischen Rollenzählwerken und Geräten nicht nur für einen, sondern auch für zwei oder vier Spieler und sogar ein Sechsspieler-Gerät war dabei. Ab 1956 wurden Holzbeine und Holzkassentüren schrittweise durch solche aus Metall ersetzt. 1958 wurden erstmals nennenswerte Anzahlen Fabrik neuer Flipper nach Deutschland importiert. Die Geräte waren mit etwa 4000 Deutsche Mark so teuer wie etwa ein Volkswagen. Zuvor kamen meist gebrauchte Geräte nach Deutschland bzw. Deutsche Aufsteller kauften ausgemusterte Flipper der amerikanischen Streitkräfte auf. 1960 tauchten die ersten Geräte in einem modernen Metal-Rail-Gehäuse auf. Das Kopfteil saß nun auf einem Halsstück, wodurch die Geräte eine elegantere Form erhielten. In Deutschland bekam der Spieler in der Regel ein Spiel für 20 Pfennig und drei Spiele für 50 Pfennig. Nahezu von Beginn an waren die Flipper einstellbar für drei oder fünf Kugeln pro Spiel. 1961 erschien der letzte Flipper mit der altmodischen Punkteanzeige durch Leuchtfelder. Geräte für zwei und vier Spieler besaßen mit ganz wenigen Ausnahmen schon immer Rollenzählwerke. 1963 stiegen Bali und CDI in den Flippermarkt ein, den sie zuvor nur sporadisch belieferten. 1964 wurde der Kugelheber schrittweise abgeschafft und die automatische Kugelvorlage eingeführt. Ab 1965 wurden immer mehr Geräte in einem modernen, zeitgemäß psychedelischen Grafikstil produziert. Viele Geräte besaßen nun die Möglichkeit ein Deutsche Mark einzuwerfen. Ein fabrikneuer Viermann-Flipper kostete in Deutschland etwa 4.500 bis 5.000 Deutsche Mark. 1966 erschien der erste Viermann-Flipper mit Multiballspiel. 1968 stagnierte der Flipper-Absatz in Deutschland, da in diesem Jahr eine neue Generation von Geld-Gewinnspiel-Automaten mit 20 Pfennig-Einsatz und das neuartige Pool-Billard aufkamen, weshalb die Aufsteller vermehrt in solche Automaten investierten. Ab 1969 wurden zunehmend neue Flipperhebel von 3 Zoll Länge verwendet. Zu dieser Zeit galt der Flipper auch in Deutschland als fester Bestandteil der Jugendkultur. Begriffe wie ausgeflippt, Game-Ofer und Tilt wurden zu eigenständigen Ausdrücken, die sich in der Umgangssprache verankerten. 1970 begann die Inflation der Zählwerke mit der Verwendung von stationären Nullen. Auch wurde der Outwell-Air-Bonus erfunden, eine Punktzahl, die während des Spiels aufgebaut wird und beim Verlassen des Spielfeldes aufgezählt wird. Der Hintergedanke dabei war, die verbreitete Unsitte, den Flipper beim Verlust der Kugel zu treten und zu schlagen, zu verhindern, weil im Falle des Tiltes diese Wertungen dann verloren gingen. Der Outwell-Air-Bonus wurde nach kurzer Zeit zum unverzichtbaren Spielelement und zu einem wichtigen Bestandteil aller Flipper. 1971 setzte sich in Deutschland der 2-DM-Einwurf durch, der Einwurf für Groschen verschwand. 1973 wurde der letzte Flipper ausschließlich mit zwei Zoll-Flippern hergestellt. 1975 erreichte ein Flipper erstmals eine Produktionszahl von über 10.000 Exemplaren. Deutsche Spieler zahlten mittlerweile in der Regel für ein Spiel 50 Pfennig, für drei Spiele ein deutsche Mark und für sieben Spiele zwei deutsche Mark. 1976 setzte sich der Trend durch real existierende Personen, Filme oder sonstige bekannte Dinge als Flipper-Motiv zu verwenden. Dies gab es schon vorher aber nicht in der Form offizieller Lizenzierung. Erstmals seit Jahrzehnten gab es wieder verspiegelte Bunt-Glasscheiben. In dieser Zeit gelang es spanischen Herstellern für kurze Zeit beachtliche Stückzahlen abzusetzen. Nicht zuletzt aufgrund einer groß angelegten Markteinführung durch den Importeur Löwen-Automaten. Die Einführung der Elektronik beendete dieses Intermezzo schon sehr bald. 1977 erschien der erste elektronische Flipper in Großserie. Versuche und Kleinserien derartiger Geräte gab es seit einigen Jahren. Zunächst erschienen die meisten Flipper in elektronischer und elektromechanischer Ausführung. Mitte 1978 war diese Übergangszeit beendet. Lediglich Gottlieb hielt bis Ende 1979 auch an der Elektromechanik fest. Erstmals erreichte ein Flipper eine Produktionszahl über 20.000. Ab sofort wurden kaum noch ein- und zwei-Mann-Flipper gebaut. In Deutschland wurde der 5DM-Einwurf eingeführt. 1977, 1978 und 1979 gelten als die erfolgreichsten Jahre für die Flipper-Industrie überhaupt. Alle vier großen Hersteller, angeführt von Bali, verkauften in höheren Stückzahlen denn je. Die Gerätevielfalt war enorm. Einige kleine Hersteller kamen hinzu. Es erschienen auch einige sogenannte Cocktail-Tisch-Flipper. 1977 begann in Deutschland der bundesweite Trend, ausgemusterte Flipper im Eigenheim aufzustellen. In den 1980er Jahren waren bereits mehr Flipper in Privathaushalten als öffentlich zu finden. Ab 1978 erschienen ausgelöst durch Atari die von 1977 bis 1979 Flipper in Großserie anboten, von allen Herstellern, auch von Williams. Überbreite-Whitebody-Flipper, die mit Beginn der Krise Anfang der 1980er wieder verschwanden. 1978 erschien der erste Flipper, dessen Buntglas-Scheibe nicht mehr im Siebdruckverfahren, sondern im Laserdruck hergestellt wurde. Das neue Verfahren bot mehr Möglichkeit für Details, aber Farben und Leuchtkraft der neuen Scheiben konnten mit den bisherigen nicht mithalten. 1979 war weltweit das Jahr der höchsten Flipperdichte. Allein in Deutschland wurden in diesem Jahr knapp 40.000 Flipper neu gekauft. Rund 200.000 waren öffentlich aufgestellt. In diesem Jahr wurden auch die ersten Geräte mit komplexen Soundsystemen, die auch Hintergrundgeräusche erzeugen, mit großem Erfolg präsentiert. Flipper waren allgegenwärtig. Man fand sie in dieser Zeit zum Beispiel auch in Waschsalons, Kaufhaus-Eingängen und als Dekoration in Fernsehshows. Der Wertverfall gebrauchter Flipper stieg rasant an. Konnte man in den 1960er Jahren von einer etwa achtjährigen Nutzungsdauer eines Flippers ausgehen. So galt ein Flipper nun bereits nach zwei Jahren als völlig veraltet. Die Geräte kosteten mit etwa 4.000 Deutsche Mark allerdings auch weit weniger als in den 1960er Jahren. Vor allem wenn man die inflationäre Entwicklung der deutschen Mark in Betracht zieht. 1979 erschien mit Gorga der Firma Williams Electronics der erste Sprechende Flipperautomat. Er verfügt über ein Vokabular von sieben Wörtern. Ende 1979 erschien der letzte elektromechanische Flipper. Die allgemeine Farbgebung der Geräte änderte sich. Waren die Gehäuse bis dato zu 90% weiß und die Farben hell und leuchtend, so wurden die Gehäuse nun meist schwarz und die Farben düsterer. Die typischen Pin-Up-Motive verschwanden allmählich zugunsten von Fantasy- und Science-Fiction-Motiven. Der Spielpreis in Deutschland stieg in der Regel auf ein Deutsche Mark pro Spiel. Für fünf Deutsche Mark gab es normalerweise zehn Spiele. 1980 reagierte die Flipper-Industrie auf die starke Konkurrenz der Videospiele mit Double-Level-Spielfeldern und jeder Menge neuer Features, welche die Flipper-Fanatiker begeisterten, die Masse der Spiele auf Dauer aber abschreckte. 1981 präsentierte Gottlieb den letzten Ein-Mann-Flipper. Die bis dato sehr konservative Firma führte 1980 den Lautsprecher im Kopfteil ein und baute mit wenigen Ausnahmen von 1980 bis 1982 fast ausschließlich White-Body-Flipper, wovon jedoch nur wenige erfolgreich waren. 1982 fand ähnlich wie 1975 bis 1976 aus Spanien eine italienische Invasion statt, die jedoch nach nur zwei sehr erfolgreichen Geräten rasch wieder abhebte. Die amerikanischen Firmen hatten starke Absatzprobleme. Es erschienen einige Mutationsgeräte, die versuchten, Flipper und Bildschirmspiel zu kombinieren. 1983 befand sich die Flipper-Industrie auf einem ersten völligen Tiefpunkt. Drei Gründe waren dafür hauptausschlaggebend. Die ungeheure Beliebtheit der Bildschirmspielautomaten, die Tatsache, dass mittlerweile fast genauso viele Flipper in Privathaushalten wie in der Öffentlichkeit standen und die neue Flipper-Generation, die durch ihre komplizierten Spielsysteme die Masse der Gelegenheitsspieler abschreckte, Bildschirmautomaten waren außerdem weniger störanfällig und weniger pflegeintensiv als Flipper, was für den aufstellerbares Geld bedeutete. Erschwerend hinzu kam noch der damals immens hohe Dollar-Kurs. Bali und Gottlieb ließen ohne Erfolg von Ende 1984 bis Mitte 1986 Flipper in Deutschland herstellen, was wenige Jahre zuvor noch völlig undenkbar gewesen wäre. 1983 und 1984 erschienen nur wenige einfacher aufgebaute Flipper basierend auf Erfolgsgeräten des vorigen Jahrzehnts. Ohne jedoch deren perfekte Optik zu erreichen. 1985 erschienen erstmals alphanumerische Displays. 1986 begann ein neuer Boom. Die Geräte nahmen die Form an, die sie bis heute innehaben, mit bedeutend höheren Gehäusen, Rampen und Spielzeugen auf den Spielfeldern und teilweise zusätzlichen Aufbauten und Lampen auf dem Kopfteil. Ziel des Spieles ist nun nicht mehr einzig die Kugel lange im Spiel zu halten und Punkte zu sammeln, sondern auch komplexe Aufgaben zu erledigen. Die Elektronik passte sich dem Können des jeweiligen Spielers an und regulierte den Schwierigkeitsgrad des jeweiligen Spiels bzw. regulierte die Freispielgrenzen. 1986 erschienen auch die ersten Rückscheiben mit Fotomotiven. Diese wurden nicht mehr auf das Glas gedruckt, sondern als bloße Folie hinterlegt. Derartige Scheiben sind im Gegensatz zu den sehr empfindlichen Siebdruckscheiben immun gegen Temperaturunterschiede und Feuchtigkeit, bieten aber kein Glamour mehr. 1988 gingen die Verkaufszahlen wieder stark nach unten. Lediglich Williams, seit einigen Jahren unangefochtener Marktführer, konnte noch gute Stückzahlen absetzen und übernahm die Bali-Flipper-Sparte. 1991 erschien die Matrix-Anzeige und ersetzte die verschiedenen Zählwerke. Die Branche versuchte immer wieder das 2DM-Spiel zu lassieren, was aber nicht allgemein durchsetzbar war. 1992 und 1993 erlebte der Flipper nochmals einen Boom. Etwa seit dieser Zeit erschienen fast ausschließlich nur noch Geräte mit lizenzierten Themen, meist von Film. Bali startete den Trend zu Lizenzthemen im zweiten Drittel der 1970er Jahre. Gottlieb folgte bald darauf. Williams schloss sich als letzte Firma diesen Trend an. 1994 tauchten wieder einige Whitebody-Flipper auf. 1995 begann erneut eine Krisenzeit für die Flipper-Industrie, aus der sie bis heute nicht mehr herausfinden konnte. Im Gegensatz zur Krisenzeit Anfang der 1980er Jahre, in der abgespeckt wurde um Kosten zu sparen, wurden nun trotz der Absatzprobleme aufwendigere und durchdachtere Flipper denn je produziert. Die teilweise recht seltenen Flipper dieser Baujahre zählen in Fangkreisen mit zu den beliebtesten und meistgesuchten. 1999 scheiterte der Versuch von Williams eine neue Generation von Flippern mit integriertem Bildschirm zu etablieren. So beendete auch der zweite, neben Sega Pinball verbleibende Flipper-Hersteller Williams seine Produktion. Im gleichen Jahr wurde Sega Pinball aufgekauft und in Stern Pinball umbenannt, wobei auch ein Großteil der Williams Angestellten übernommen wurde. Im folgenden Jahrzehnt war Stern Pinball der einzige verbliebene Flipper-Hersteller mit einer bis heute andauernden Pinball-Produktion. Es dauerte bis 2011, ehestern Konkurrenz bekam und mit Jersey-Jagd Pinball wieder ein weiterer, ernstzunehmender Hersteller mit eigener Entwicklung und Produktion in den Markt eintrat. In Österreich kostete um 1970 ein Flipper-Spiel durchwegs 1 Schilling. Später kosteten Spiele bei moderneren, aufwendigeren Automaten auch mehr. Nur sehr alte, sehr einfache Automaten, jedoch keine Flipper, konnten mit kleineren Münzen, also 50 Gramm oder 10 Gramm betrieben werden. Etwa ein uralter kleiner Schaukasten, in dem sich eine wahrsageren Puppe etwas bewegte und der nach kurzer Zeit ein Kärtchen mit einem Orakel ausspuckte. Grundlegender Aufbau, zentraler Bestandteil und namensgebendes Element sind die sogenannten Flipperhebel. Diese 3 oder 7 cm langen Hebel im Deutschen ebenso wie das gesamte Gerät üblicherweise nur als Flipper bezeichnet. Seltener auch als Flipperarm oder Flipperfinger sind das zentrale Steuerelement für den Spieler. Sie bilden die nahezu einzige Möglichkeit für den Spieler, auf das Spielgeschehen Einfluss zu nehmen. Sie werden durch jeweils einen Knopf an der linken und der rechten Gehäuse Seite betätigt. Mit Hilfe der Flipper, die sich in der Regel im unteren Bereich des Spielfeldes zwischen zwei Slingshots befinden, kann der Spieler die Kugel wieder in das Spielgeschehen zurückschießen. Hierbei kommt es zum einen auf eine schnelle Reaktion an, zum anderen aber auch auf eine hohe Geschicklichkeit, um in der kurzen Reaktionszeit die Kugel auch noch in die gewünschte Richtung zu schießen. Ungefähr Anfang der 1970er Jahre setzten sich längere Flipperhebel statt 2 Zoll durch. Diese ermöglichen dem Spieler ein wesentlich besseres Zielen als die bisherigen deutlich kürzeren Hebel. Wie alle anderen Elemente der Spielfläche werden auch die Flipper durch Zylinderspulen unterhalb der Spielfläche angetrieben. Die Inlane und die Outlane befinden sich auf fast allen modernen Flipperautomaten an der gleichen Stelle. In ihnen befindet sich fast immer ein Rollover. Die Inlane ist der Weg, der die Kugel zu den Flipperhebeln führt. Sie befindet sich meist hinter dem jeweiligen Slingshot. Die Outlane ist der Weg, der die Kugel aus dem Spielfeld führt und der somit für ihren Verlust sorgt. Bei manchen Flipperautomaten wird die Kugel, wenn sie das erste Mal in die Outlane rollt, gerettet und mit einem Autoplanscher wieder zurück auf das Spielfeld befördert. Beim zweiten Mal verliert sie der Spieler. Der Planscher schießt die Kugel zu Beginn eines Spiels oder nach Kugelverlust von rechts außen in das Spielfeld. Bei den meisten Flipperautomaten kann der Spieler die Kraft selbst regeln, indem er den Planscher eine bestimmte Distanz zurückzieht und somit die Spannkraft der Zugfeder verändert. Bisweilen gibt es Sonderpunkte oder andere Boni, wenn man die Kugel mit nur so wenig Kraft abschießt, dass sie den unteren Teil des Planscherkanals zwar verlässt, dann aber zurückrollt. Bevor sie das obere Ende des Kanals erreicht und den Tisch dann durch eine separate Seitenöffnung betritt. Manchmal werden aber auch sogenannte Autoplanscher verwendet, die die Kugel automatisch immer mit der gleichen Geschwindigkeit einschießen. Der Planscher ist abgesehen von der Kugel das älteste Spielelement. Kopfaufsatz Der Kopfaufsatz eines Flipperautomaten ist ein senkrechter Aufbau, der am hinteren Ende des Flipperautomaten montiert ist und von einer Glasscheibe abgedeckt wird. Diese Glasscheibe ist mit bunten Motiven bedruckt und enthält in der Regel den Namen des Automaten und des Herstellers, sowie die Punkteanzeige und eventuell auch andere Anzeigen. Im Innern befindet sich in der Regel die gesamte Steuereinheit, also das Gehirn des Flippers. Auf einer oder mehreren Platinen befindet sich somit alles, was den Flipper steuert, wie Spielablauf, Sound und vieles mehr. Im Laufe der letzten 50 Jahre wurden elektromechanische Zählwerke, elektronische Segmentanzeigen und zuletzt Dot-Matrix-Anzeigen verwendet. Letztere bieten eventuell auch Animationen, die jedoch auch durch die Bewegung von Figuren hinter der Glasscheibe realisiert wurden. Bei älteren Geräten wurden die themenbezogenen Grafiken im Siebdruck von hinten auf die Glasscheibe aufgebracht, was für den Betrachter kräftige Farben ergibt. Bei neueren Geräten ist meist nur eine bedruckte Kunststofffolie hinter der Glasscheibe angebracht. Der Kopfaufsatz ist auch von Weitem sichtbar und soll den potenziellen Kunden zum Spielen ermuntern. Dementsprechend ist er mit vielen blinkenden Leuchten ausgestattet, die die Aufmerksamkeit auf ihn lenken. Das Blinken in verschiedenen Abfolgen außerhalb des regulären Spieles nennt man den Attraction-Mode, der die Aufmerksamkeit des potenziellen Kunden auf den Automaten ziehen soll. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.